So, damit wir hier für dieses Let's Play noch einen einigermaßen akzeptablen Abschluss kriegen, ja hier in Form eines kleinen Reacts ohne Facecam auf einen Workthrough. Ja, schaue ich mir den Rest mal an. Aufgrund eines Bugs konnten wir es nicht weiterspielen hier bei der Voodoo Mama. Aber ja, jetzt, ja. Ich werde euch das Gameplay einfach mal zeigen und dazu kommentieren. Ja genau das hätte jetzt passieren müssen. Und da haben wir die ganzen Antwort-Missionen. Hey, ich habe ein paar Hände für diese Potion. Bring sie zu mir. Jetzt, es ist nur ein kleines Problem. Ich habe die Recipe vergessen. Was? Es ist ein langer Zeit. Ich habe noch nicht mehr das Kuchenbuch. Ich habe ein Buch von Voodoo Recipes. Gut. Wie viele Krab-Skalpe sagt es, um es zu benutzen? 13. Gut. Das ist nur was ich dachte, als ich dieses Experimental-Batsch aufgelöst habe. Danke. Erinnern, nur ein kleines Bugs. Ja, das haben wir jetzt leider. So, ja, da müssen wir uns leider mit dieser Form des Let's Plays zufrieden geben. Das ist jetzt hier darauf gelegt. So. Ja. Bis zum nächsten Mal zurück. Ja, das war ja auch ganz klar. Jetzt zurück zum Friedhof. Da gehen wir jetzt nochmal mit dem Zauberdrang, den wir haben, zur Wiederbelebung. Hier rein. Komischerweise ist da auch ein anderer Sarg geöffnet, den ich nicht öffnen konnte. Im Spiel. Ja, das war auch schon, das war der erste Wack, dass ich das nicht öffnen konnte. Ich konnte einen anderen Sarg öffnen dafür. Okay. Erst du live. Und der Arbe Kadabra. Die Tote ist wieder am Leben. Oha. Das war ein knappes. Wenn ich nicht meinen Flam-resistenten-Aprin hatte, hätte ich mich getötet. Äh, wo genau hast du diesen Aprin-Wrapp gekauft? Das war der ersten Restaurant-Supply. Warum hast du gefragt? Schau, Rapp, du bist tot. Was? Du hast letzte Teile Bord. Ich bin tot? Ja. Das ist dein alte Pichel-Relich. Aber ich bin nicht bereit, um zu sterben. Ich fühle mich, dass meine Seele nicht auf dem Schraub. Es ist etwas, das muss ich tun, bevor ich weitergehen muss. Du hast einen Flam-resistenten-Wrapp? Nein. Ich habe nur das Gefühl, dass ich ein Gas in meinem Restaurant verlassen habe. Das macht mich verrückt. Ich habe gesagt, dass ich einen Big Whupp suchen. Big Whupp? Hehehehehehe. Ich nehme das mit mir zu meinem Schraub. Du bist mit dir? Mit dir? Great. Du kannst meine Partie auf dem Markt für Big Whupp haben. Aber nur, wenn du mir ein Favorit erst machst. Kannst du den Gartenstück für mich checken? Ja. Ich werde es checken. Danke. Hier ist die Schlüssel. Okay. Okay. Den Schlüssel zum Gartenstück. Ops. Oh. Okay. Und da ist er wieder tot. Ripp. So. Okay. Jetzt haben wir den Schlüssel. Jetzt gibt es den Schlüssel zu wo auch immer hin. Erstmal weg von dem Friedhof. Ach. Das Häuschen dort. Das Häuschen, wo wir lange Zeit nicht rein konnten. Die ganze Zeit an der Tür gerüttelt haben. Und was nicht aufging. Ja. Das war ja irgendwie klar. Nein. Der Schlüssel. Ja. Jetzt kommen wir nicht in diesen sehr bekriegenden Richtung rein. Zack. Schauen wir mal was da drunnen ist. Auha. Erstmal den Ofen ausstellen. Der war der ganze Zeit noch der Ofen an. Okay. Und jetzt haben wir den Ofen ausgestellt. Ach. Wir müssen für ihn den Ofen ausstellen. Und jetzt kriegen wir das Kartenteil oder was? Und zurück zum Friedhof. Ja. Das war sein Wunsch dafür. Der hat den Herd angelassen. Wir müssen den Herd ausmachen. Dann gibt es uns das Teil. Sehr schön. Letztes Kartenteil. Ich komme ab. Also. Der Walkthrough Maker. Der Versteller. Der kommt. Ich tue nur so. Noch einmal. Saubertrank. Und das ist er wieder. Boah. Jetzt hab ich die Kleidung getrickst. Das war richtig. Das Gas war auf. Ich habe es aufgenommen. Dankeschön. Ich denke, woher gehe ich gehe. Ich brauche das auch nicht. Danke. Ich habe es geschluckt. Jetzt bin ich in den Fäden der Erde. Wie ein Steaming-Winnie in einem soviel, soviel, soviel Bön. Cut. Ekelig. Und jetzt haben wir das letzte Kartenteil. Hu. Ah. Ah! Gut, Chuck, Sir! I got good news! And I got bad news. The bad news is that Guybrush has found the last piece of the map. Ah! The good news is that I got a plan that can't fail. Ah! You see? He must take the map to a cartographer to have it deciphered. I'll head him off before he gets there. If your plan fails... It will not your voodoo lordship. I'll head to the cartographer. I'll head to the cartographer. Hopefully it will be the next way. Hello? Yeah. Yeah. Die Karten. Das haben wir schon versucht. A map? Hmm. Looks like I'm only part of a map. I've got the rest of it right here. Hmm. Very interesting. Can you put it all together into one map for me? I'll do it for you if you run an errand for me. Go to the international house of Mojo and ask the fortune teller if my love potion is ready. Okay. I'll try to have this done for you and come back. And on the way will of course the Lago... ...it will be prevented. Na, very cool. While we're now... ...the Morris of Mojo again... ...and while we're here... ...the Lago will be placed here... ...and... ...oha... ...no... ...this... ...is... ...is... ...confortable... ...yout... ...iper... ...so... ...is... ...nur so... ...near... ...cone... ...meh... ...like... ...zit... ...oh... ...notuch... ...i-fi... ... cows... ...fe... So hier noch rein. Wiedersehen, Mr. Threepwood. Wally hat mich geholfen, um ein bisschen Liebe zu holen. Oh, okay. Sag ihm, ich sagte, zu genießen, aber zu bemerken. Es ist künstliche Sachen. Ich würde nicht, dass dieser kleine Mann getrennt. Warte, ich fühle mich gerade eine stürmische Veränderung in der Macht. Als ob eine kleine, kleine Sprache nur in Angst vorgelegt wurde. Und dann haste ein Messer und eine Tafel. Ich denke, Wally ist in Trouble. Und ich denke, LeChuck hat etwas zu tun. Oh, oh. Ich hätte es besser checken. Und die Karte wird nicht vervollständigt. Ende. Für immer auf den drei Inseln gefangen. Zwischen den drei Inseln. Na, mal schauen, was uns dort erwartet. Mit dem Kartenmacher. Oh, ja. Oh, hier geht's. Niemand hat hier ein Messer gespürt. Es sagt nur LeChuck. Oh, nein. LeChuck hat den Kartografer gespürt. Der lecker kleine Mann. Hey. Er hat meine Karte. Nehmen wir mal einen Sumpf. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade schon fragen, war die Kiste schon immer dort? Scheinbar nicht. Und hopps rein. Ich denke, es ist etwas, das hier bewegt. Hey, Rich. Ich könnte sicher eine Hand mit diesem. Das wäre aber zu LeChuck verschickt. Sieht aus wie eine Karte von lebhafte Schnecken. Es klingt so ähnlich. Na, wir holen sie auf LeChuck. Kapitel 3. LeChucks. Fest. Fest. In the small crate of voodoo supplies that would be his home for the next five days and nights, Guybrush is forced to eat bat lungs and eel bladders to stay alive. Bah. Eventually, Guybrush and the rest of the slithering cargo are delivered to the very doorstep of the Caribbean's most fearsome villain, living or dead, the ghost pirate, LeChuck. Dum 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 dum. LeChuck's crate of voodoo supplies. You know, we usually don't deliver out this far and... You guys fucking for a tip? Well, we figured since then. Well, you figured wrong. LeChuck don't tip nobody. Gee. What a butt. Well, let's see here. There are some matches in here and something that says Love Bomb on it. Aha. Okay, now we have a love drink with us. With which we will LeChuck for us and make him in us Verliebt machen was was soll das für was okay es wird hoffentlich nicht der Plan sein Aha, hier sind wir. Ein rezept achso, nee, das ist das liedchen der hei hei Da vermisst das mussten wir uns merken, das hätten wir uns aufschreien müssen. Uh, gut, dass das nicht mehr spielen muss. Der Wirkwurl stelle das jetzt auf mich gleich, weil ich sehr gut hinkriegen würde. Ja, das findet richtig ansortierend. Ach du Schande. Das ist ein Rätsel. Headbound connected to the headbound. Headbound connected to the... Ah, okay. Durch die verschiedenen... Was jetzt heißt, die... Headbound connected to the headbound. Durch die Reihenfolge kommt man dann... Ach du Schande. Da hätte ich dann noch eine Weile gebraucht. Und da sind wir. Nachdem wir das Rätsel gelöst haben. Das war jetzt instant der richtige Weg. Ich würde gerne Elayne zeigen, wie weit ich lüge kann. Heils auf. Geibroch, sagst du wirklich, dass du den... Großen Schiss kriegen konntest. Ich habe recherchiert jede Isle. Jedei jede Nase. Und jetzt... Du bist meine. Was musst du dir sagen? Oh nein. Oh nein. Du bist gut. Jetzt bist du meine. Du wirst du für was du getan hast. Hey. Was ist ein bisschen Rootbeer zwischen Freunden? SILENCE! Es ist nur eine Sache mehr schrecklich. Es ist nur eine Sache mehr schrecklich. Es ist zu sein, dass es sich aus dem Todes. Und... in einem roten Körper. Wissen Sie das, was das ist? Es ist das, was zu passieren. Das ist so ein Plan. Es ist keine Loa Schiefgehen. Von der Pony abgekumpfert. Nein, von der Pony abgekumpfert. Nicht... Versteht mich nicht falsch. Ich spune das von Magia in den Rückenplatz. Wie wir aus der Punja kennen, geht die schief. Genossen. Sorry. Aha. Sein Schrei-Stuhl. Haha. Any questions? Oh, yeah. Where's the bathroom? Up the stairs and to the left. But you won't need it in a few minutes. Have you ever tried conditioner on that beard? No. How much wood would a woodchuck chuck if it... I'm growing tired of your stupid questions. Prepare to die. Oh, no. He didn't say, what he was gonna do to me. An Ottoman comes to mind. Oh, okay, yeah. Jetzt haben wir dicke Spucke. Boy, diese Sachen macht meine Sput dick. Und Spuck. Hey, watch it with the Sput. Das war's wohl noch nicht. Und das wohl auch nicht. Aha. Licht aus. Oh, das ist so. Jetzt ist es so. Was ist denn da im Dunkeln? Largo, re-lichte die Kandel. Die Blut ist so. Oha. In Dunkeln. Ich glaube, Lachuck ist wirklich gefeiert. Ja, hey Wally. Ja? Wo sind wir? Gute Frage. Wir haben nichts da rein? Ja, die Streichhölzer. Oh, oh. Oh, oh. Ja, die Waffenkammer ist in der Luft gejagt. Teil 4. Kapitel 4, Dinky Island. Na toll. Ja, das ist schon immer wieder Schaden gerichtet. Autsch. Das war keine leichte Lannuk. In der Flasche. Die Flasche hat eine Flasche aufgehoben. Guck, Kapitän Marley, wo sollen wir den Schraub machen? Oh, sie riechen wie angst. Hey, es gibt eine Flasche hier. Okay, lasst uns das wieder einmal. Dann wird niemand wissen, wo wir den Schraub machen. Ich will meine Großartige, eine echte Mann. Kapitän! Hermann Toothrod, was machst du hier? Oh, hallo. Ich habe dich erwartet. Was meinst du, dass du mich erwartet hast? Unsere Gespräche kommt bei diesem. Der letzte Moment meiner Existenz so weit. Alles andere war in Antizipation dieses Eventes. Was passiert jetzt, dass ich hier bin? Der Moment hat passiert und wir haben das Zukunft. Unsere Gespräche ist nichts mehr als eine andere Note in der großen Überlegung zum nächsten Passag. Der verrückte Specht schon wieder. Ich schaue für ein Schraub. Hast du sie gesehen? Es gibt viele Schrauben hier, gefunden und nicht gefunden. Die Schönheit des Oceans zum Beispiel. Oder das Schraub des Vergangenes, die in den Räumen von Trennen gesehen, oder die halbrememberten Kacklinge von einem Paret. Eigentlich, ich schaue für das Schraub von Big Whoop. Big Whoop? Ich schaue für das Schraub. Ich schaue für das Schraub. Ich denke, ich habe besser Dinge zu tun, als zu sprechen. Ich denke, du findest, dass das Schraub des Schraub ist das Schraub des Illusions. Oh, nein, 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 nicht richtig. Pretty, Polly. Okay, gehen wir mal wieder. Okay, gehen wir mal wieder. Und jetzt gehen wir dort hin, wo das Ganze überhaupt begonnen hat. Ich schätze mal, wo wir in der ersten Szene entdeckt wurden. Oha. Eine Bottle. Roof Bag. Okay, was haben wir hier? Eine Box. Keks Box. Okay, da müssen Cracker oder Kekse drin sein, bis es ausschaut. Okay. Ozeanwasser. Und das Glas. Wasser mit dem davor. Das ist, dass wir die Menge von der Säule auskennen. Okay, gehen wir mal wieder hin. Also, niemand vergessen, wo wir die Schraub haben. Aha. Nein, 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 das ist nicht richtig. Es war immer so, dass es mit einer Kekse-Sodien-Krackers ist, aber jetzt ist es verletzt. Es ist verletzt. Polly, willst du Kekker? Polly, Kekker. Und du East, von der Pond, bis zum Dinosaur. Oh, okay. Oh, okay. Das ist ein kleiner Hinweis für uns. Ich werde mehr finden. Das ist eine Beschreibung. Oh, eine Box. Das ist doch noch nicht der Schatz, oder? Oh, ja. Es ist immer wieder schön, ein Stück Dermit mitbeizuhaben. Okay, viele verschiedene Wege, auf denen man sich Tiere schweilen kann. Okay, jetzt Dinosaurier. Jetzt gibt es noch einen Hinweis. Genau, von der... Okay, jetzt nach Norden. Jetzt haben wir einen Delfin. Okay. Dann hätte ich mich das 100 Mal verirrt. Der letzte Kekker für Polly. Polly. Ah, okay, hier. Und nach Osten. Dann haben wir das X-Market-Standard. Oh, du sprichst dieses Schatz. Ha, 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 ha. Warum hast du nicht so gesagt? Du könntest mit dem Shortcut, wie ich mache. Shortcut? Na toll. Was sagt uns dann? Lasst uns ein Kekker machen und es in vier Stück machen. Ha, ha, ha. Und da hat man sich ewig durch den Dschungel gewühlt und hat sich durch den... hat sich tausend Mal verirrt und dann... den Shortcut hinter ihn rechts, wenn man dann gehen könnte. Das ist der letzte Kekker. Oh, ha. Jetzt bauen dich nicht selbst in die Luft. Great, Scott! Das kam aus der Richtung von Dinkie Island. Der Idiot muss mit meinem Großvater zu schlafen. Ach, ich hätte besser da kommen. Ach, da sind wir. Ach, da sind wir. Ach, da sind wir. Ach, da sind wir jetzt hoch und zack. Und da liegt der Schatz. Und da liegt der Schatz. Muss jetzt nur noch greifen. Und, ups. Da werden wir wieder. Und da hängen wir. Und du schaust über drei Tage später. Willst du mir jetzt helfen? Alles, um dich zu schlafen. Das muss die längste Geschichte sein, die ich jemals gehört habe. Hm. Das hat jetzt alles... erzählt. Als er tut Hink. Ich hoffe, wir sind... ins Wasser gefallen oder so. Oha. Oha. Hallo, Guybrush. Das hat wohl nicht für sich in den Bunker gefallen. Goodbye, Lechuk. Du wirst mich nicht überrascht. Wenn ich überrascht von dir vorhin, kann ich es einfach wieder machen. Nicht so schnell. Selbst wenn du überrascht würdest, würde ich dich immer wieder finden. Wir sind verbunden zu uns. Aha. Wie Dreadlocks? Ja, eher so. Oder wie ... Brudens. Huh? Ich bin dein Bruder. Nein! Nein! Das ist nicht wahr! Das ist unmöglich! Search your feelings. You know it to be true. Nein! Nein! Und ich habe ein bisschen Überraschung für dich gebracht. Ich glaube nicht, es ist ein LucasArts-Game. Nein. Hey, das ist ein Voodoo-Doll, oder? Ja, das ist eine Voodoo-Doll, die ich benutze, um dich zu schrauben. Und dann schreibe ich dich auf eine andere Dimension, eine der infiniten Schmerzen. Observe. Ah! Hast du schon fertig? Nein, ich will das machen. Das war überraschend. Lass uns ein bisschen Spaß machen. Oh Gott. Ein gut funktionierender Büro. Okay. Zeit, dich zu schreibe. Zu einer Dimension der infiniten Schmerzen. Äh, was? Was ist passiert? Hey! Ich bin ein Lied! Hey! Ich dachte, ich war ein Goner. Ups! Ich bin ein Lied! Ich bin ein Lied! Und wir haben auch eine Voodoo-Doll. Ich wüsste dich auf eine andere Dimension. Und wir haben auch eine Voodoo-Doll. Ich hätte dich auf eine andere Dimension. Nicht der nächste Runde. Hm. Schadee Materialien, ich glaube. Ich glaube, ich werde es einfach mal versuchen. Äh, nein. Das ist okay. Ich... 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 Schnell weg hier. Holy cow! Das sind meine Eltern! Was sind die Eltern? Hm. Das sieht los. Ah, das sind diese Skeletze hier. Die sie den Tanz gemacht haben. Oh, da sind sie drin. Es sind ein Paar Surgical-Gloven. Und hier ist eine Syringe. Aha. Okay. Und jetzt die Zutaten für einen Voodoo-Trank oder was? Wenn wir uns selbst zusammenstellen. Wenn er unser Bruder ist, können wir auch für unseren Eltern das nehmen oder was jetzt? Roots-Bier. Saufen. Aha. Ein Ballon. Oh, ha. Versuch das. Jetzt haben wir auch noch ein Stück von seinem Körper. Aha. Bleh. Jetzt. Ist das besser? Lass uns auf den nächsten Raum. Und wieder hier. Ein Ticket. Und wofür? Ein E-Ticket. Mhm. Ein Elevator-Ticket. Aha. Eine Puppe. Sehr schön. Jetzt müssen wir das noch zusammenmixen. Und eine Voodoo-Puppe bekommen. Köln-Ritter. Okay. Da war noch eine Münze drin. Toll jetzt so. Nicht aufheben. Nein. Hey. Susan B. Anthony. Ach so. Das ist ja toll. Und wo sind es hier? Ouch. Es tut selbst nur ein Zombie weh. Und jetzt. Jetzt wird's das. Jetzt werden sie es. Lass die Voodoo-Tapen werden. Das ist ja so schrecklich weh tun. Das ist doch irgendwann... nicht mehr lustig. Okay, wir müssen schnell mixen. Wir müssen den Trank schnell mixen. Dann sind wir das nix. Heliumtankschuhe. Wir müssen mit einem Heliumballon. Aha. Heliumaufgefüllte Handschuhe. Aha. Okay. Wir müssen die Fahrstuhl benutzen. Als ob das klappt, als ob wir den Fahrstuhl benutzen können. Ja, eben. Das ist hauptsächlich familiar. Oha. Ein Fahrstuhl zu Teil 1. Das ist ja großartig. Na, das ist ein Ingredient. Es hat ein paar Sachen drin. Ein Beard. Und das ist es. Das sind 2 Ingredienten. Das sind 3 Ingredienten. Wir müssen einen Liebesdrang führen. Und ihn nochmal. Eine Rundeputze machen. Was hat das jetzt für einen Sinn? Ich bin Bobbin Dreadbear. Bist du meine Mutter? Okay. Lustig. Was ist das? Mhm. Soll ich meine Attack. Was ist das? Das ist ziemlich gut, Guybrush. Aber es ist nicht gut genug, um mich zu stoppen. Hm. Okay. Was ist das? Was ist das? Oh, das wieder? Schau mal auf mich. Und meine Schrauben. Ich schreie mich an dich und deine Schrauben-Voodoo-Tinkerungen. Aha. Ich kann es nehmen. Ich nehme das, Lechuk. Ich bin sehr stark für dich und deine Schrauben-Doll-Doll. Es tut mir nicht. Das ist eine Schrauben-Doll. Das ist ein Schrauben-Doll. Das ist ein Schrauben-Doll. Ich hatte als Kind. Aha. Du hast nicht mich erinner. Ich weiß, was hätte passieren, wenn ich die Hände ausfügt. Oops. Aha. Ich bin Kumpf. Ah, was wollen die? Geilbrush! Was? Komm hier! Keine Weise! Ich bin nicht so dum. Aber ich will dir... Geh meine Maske! Seh die wahrsten Gesicht de deinem Bruder! Oh, ok. Komm her! Das war's. Gently, jetzt! Geh meine... ...maske! Oh mein Gott! Du bist mein schrecklichen Bruder Chuckie! Was? Du glaubst, dass ich vorhin bin? Warum hast du mich überrascht? Meine Mutter hat mir gesagt, dass ich dich schrauben! Was? Wenn meine Mutter gesagt hat, dass sie mich schrauben? Hat sie tatsächlich gesagt, dass ich mich schrauben? Oder war das deine Idee? Schau, Geilbrush! Kannst du mich helfen? Stig die leg zurück auf die Dahl, okay? Promise nicht zu holen und schrauben auf mich nicht mehr? Okay, okay! Ich promise! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Hey, ihr Kinder! Ihr sollt ihr hier nicht sein? Na toll! Ah, also da bist du! Äh, was? Was ist passiert? Wir schrauben dich, dass du wegschrauben? Deine Mutter und ich waren sehr interessiert! Danke, dass du deinen Bruder schraubst, wie wir gefragt haben, Chuckie, lieb! Ihr Mädchen haben keine Probleme gemacht! Nein, Sir! Wahnsinn! Ich wünschte, dass du nicht wegschrauben würdest, junger Mann! Wir waren schrecklich! Wir waren schrecklich! Du wirst nicht wissen, welche Art von Mörderer und Neer-Do-Wells könnten sich um einen Ort so zu schrauben. Ich bin Geilbrush Streepwood! Ein wunderschöner Pirat! Ich muss keine Probleme über das. Natürlich, Lieber! Aber bitte, bemerkbar! Na dann! Los geht's mit den riesig rotatenden Buccaneern! Die haben ja tolle Kinder! Herzlich willkommen! Der Buccane ist ohnehin trauen. Der Buccane ist mit dem an der Buccane. Der Buccane ist mit dem bspf. Der Buccane ist mit dem bspf. Der Buccane ist mit dem bspf. Und der Buccane ist mit dem bspf. Äh, sehr seltsames Ende. Okay. Zurück in die Vergangenheit. Und wie kommen wir jetzt von dem Ende? Zum Anfang des dritten Teils. Ich meine, ich habe ja den dritten Teil schon gespielt. Ich habe schon gestreamt und schon... Der kam, glaube ich, schon auf dem Kanal. Auf YouTube. Tja, wie kommen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt in den Autoscooter? Ach so, vielleicht jetzt auf dem Jahrmarkt. Gibt es noch eine Afterpredits-Zene? Wenn wir Autoscooter fahren? Als junger... Das ist ja seltsam. Am Anfang von Teil 3 sitzen wir mit dem Autoscooter und fahren mit dem Uzz. Driften über den Unzern. Ich weiß nicht, was Guybrush bleibt. Oh, ich hoffe, LeChuck hat nicht einen schrecklichen Spell über ihn oder was. Genau das tat er. LeChucks Wrench. Monkey Island 2. Ein... Special. Okay. Das Ende stellt mich vor, einige Rätsel. Ansonsten wird wieder zu spielen. Tja... Ähm... Ich denke, nach oben sollte es sich gefallen haben. Lasst ein Abo. Neu sein. Das nächste Projekt nicht verpassen wollt. Wir spielen dann noch Return Escape von Monkey Island, Monkey Island 3 haben wir schon gespielt als allererstes, das müssen wir nicht unbedingt nochmal wiederholen, schaut einfach das alte Let's Play an, das war auch nicht schlecht, es gibt schon ein Let's Play auf Youtube, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe zuerst Teil 3 gespielt, dann Teil 1, dann Teil 2, jetzt kommt das nächste Teil 4, erst mal andere Projekte, jetzt wird es eine Pause für Monkey Island, aber dann irgendwann auch Teil 4. Ja, na dann. Nicht das Ende, was ich gedacht hätte, aber ok, Monkey Island, immer gut, hier war es schon. Na dann, haut da rein, habt ihr noch einen angenehmen 14 Tag, bis dahin, tschau. Ich habe meine 4, starten die Uhr noch ein paar Jahre dran, aber dann wurde es gleich Quartier zu machen, bis dahin, muss ich noch ein paar Minuten gehen. Ich habe meine 4, 4, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 11,J. Und dann, bis dahin, das war auch immer wieder zurück. Und dann, bis dahin, 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 bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020